Unsere Verbindung zu Basel, also vom Verein Südpreis, ist, dass wir seit über 20 Jahren hier in Basel tätig sind. Der Verein Südpreis hat seinen Hauptsitz hier in Basel. Basel macht für Südpreis aus, dass es ein sehr sozialer Kanton ist. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit verschiedenen sozialen Institutionen. Basel ohne kulturelle Veranstaltungen wäre ein sehr armes Basel. Nebst den Jobangeboten, die der Verein Südpreis hat, möchten wir auch den armutsbetroffenen Menschen, die bei uns ein- und ausgehen, die Kultur näher bringen, indem wir den Zugang zur Kultur schaffen. Das funktioniert für uns in Basel sehr gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017